Yeah, 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 yeah M-Z-Audio-Bettel-Turnier Versuchst du mit deiner Pants, meinte Lein, dich ausbuden zu lassen Deine Katze zwingt mich dazu, aus ihr Hausschuhe zu machen So, zwei Leins, viel Spaß Deine Mama fragt mich, wie sie blasen soll Ist mir Latte-Mädchen, doch ich bin nett und gebe dir Q-Tipps wie Wattestäbchen Sie macht mir ne Latte, danach servit sie dir mit, Esser Bald wissen alle, du fallst jetzt gegen den Drittklässler Hab weder Album, noch Auto, noch Ehefrau Und gebe mir fetten Skits an in meinem Lebenslauf In deinem Front sind so viele Punches wie in meiner nächsten Zeile Nämlich keine Ah, jetzt bin ich nur noch wütend Denn deine Doppel-Tämpfersagen sollst du noch üben Okay, ich geh baden, na gut Aber dafür gehst du baden wie Knut Dein Album wäre der Hammer, wirst du mir ein Feature geben Doch meine Antwort ist wie tot geworden Nie im Leben Scheine Posen mit dir, du hast nichts hast da am Anschlag Du hältst dich mit Posen über Wasser wie Angler Ich schreib ne Runde Reiß dir gerne deine Hand ab Schmeiß ne Runde Heißt, ich werf deine Mama Du bist dagegen, doch ich fick dir die Bitch Bis du auch mitbekommst, dass meine Stimme nicht gepitcht ist Schreib ne Runde Reiß dir gerne deine Hand ab Schmeiß ne Runde Heißt, ich werf deine Mama Du bist dagegen, doch ich fick dir die Bitch Bis du auch mitbekommst, dass meine Stimme nicht gepitcht ist Ja Wenn der E-Boy-Baski rappt nicht gepitcht Bitch